Montagmorgen, vier Wochen um, Zeit für mein Aufgetischt, einige gespielte Spiele, sehr viel Kleines durch Urlaub, zeige ich euch jetzt, viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu meinem Aufgetischt. Ja, wieder mal ist ein Monat um und es wurde einiges gespielt. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet und ja, urlaubsbedingt natürlich sehr viele kleine Spiele auf den Tisch gekommen. Warum? Man möchte ja schließlich das ein oder andere Spiel mit in den Urlaub nehmen, um es einfach gemütlich am Strand, am Pool oder einfach irgendwie bei einem leckeren Cocktail zu genießen oder vielleicht auch um im Flugzeug etwas Zeit zu vertreiben. Tatsächlich sehr, sehr viele kleine Spiele im letzten Monat. Ich möchte mich jetzt da auch nicht ausführlich über jedes Spiel auslassen, vielleicht ein paar Spiele exemplarisch rauspicken. Das sind auch All-Time-Classics dabei, die vermutlich nie wieder aus der Sammlung gehen. Da kann ich mal zum Beispiel stellvertretend mit Zitrushain und Obsthain anfangen. Beides grandiose Solospiele, die man natürlich auch kooperativ spielen kann oder jeder für sich hintereinander und man fiebert mit dem anderen mit und schaut, wie viele Punkte er macht und versucht dann zum Beispiel bei Zitrushain mit den gleichen Herausforderungen zu spielen oder bei Obsthain einfach mehr Punkte zu machen. Ich habe zu den Spielen auch schon Videos gemacht. Auf dem Kanal gibt es da was dazu. Ich werde euch das, wenn ich es nicht vergesse, verlinken. Obsthain, Zitrushain, auf jeden Fall für mich grandiose Solospiele. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, das auszuprobieren, probiert das gerne aus. Ja, ebenfalls mit im Urlaub dabei war Sea Salt and Paper. Das kam, glaube ich, auch zweimal haben wir das sogar gespielt. Und da gibt es auch bereits ein Video hier auf dem Kanal. Ein sehr schönes, flottes Kartenspiel, bei dem eben einige Kniffs mit reinkommen. Zum Beispiel, dass wir zwei Ablagestapel haben, dass wir versuchen Sets zu bilden. Das können Sets sein aus vielen Karten, das können auch nur Zweiersets sein. Wenn man die Zweiersets ausspielt, bringt das einen Punkt. Und einen Effekt. Und diese Effekte clever zu nutzen, möglichst sinnig zu spielen. Das ist hier clever verpackt mit einem tollen Artwork und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ebenfalls im Urlaub gespielt Palm Island. Und zwar Palm Island sowohl jeder für sich. Also Mareike und ich parallel, als auch in der kooperativen Variante, als auch ich in der Solo-Variante. Man bekommt bei Palm Island ja immer so ein bisschen, das sind auch andere Spiele mit drin, so ein bisschen durch das Kartenhalten, so ein Knoten, weil man so die Karten seitlich so rausdreht, wenn man die Ressourcen hat. Und wenn dann da vier Stück, die man haben darf, seitlich rausstehen, das ist schon manchmal nicht gerade angenehm zum Halten. Denn nichtsdestotrotz ist Palm Island ein klasse Spiel. Nur meistens bin ich nach zwei Partien, habe ich so dermaßen einen Krampf in der Hand, dass ich es wieder zur Seite lege. Aber auch ein sehr schönes, kleines Spiel. Für uns so ein bisschen ein Urlaubsklassiker ist Quix und Quix natürlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Blockblättern und in verschiedenen Varianten. Und die sind mal besser, mal schlechter geeignet. Da muss ich wirklich sagen, da kommt bei manchen noch ein höherer Glücksfaktor mit dazu, ob es noch besser klappt, ob man noch mehr Punkte macht. Und ich weiß nicht, also manche Blockblätter finde ich ziemlich cool und andere finde ich noch zufälliger, als auf dem Basisblock zu spielen. Dessen muss man sich halt bewusst sein, es ist Glück mit nochmal Glück. Aber immer wieder cool und Quix wird gern gespielt von Mareike und mir. Da muss ich jetzt dazu sagen, letztes Jahr und vorletztes Jahr hatten wir im Urlaub tatsächlich das Erlebnis, dass wir sehr viele Harpenspielen sehen. Gerade am Abend oder auch mal am Pool. Dieses Jahr muss ich sagen, war weniger gespielt worden. Letztes Jahr war sehr viel Quix verbreitet. Phase 10 und UNO, das waren so die vorherrschenden Spiele, die gespielt wurden, gerade von den Familien mit Kids. Und dieses Jahr muss ich sagen, gefühlt fast nur UNO gesehen. Also das war schon dieses Jahr wieder eine schlechtere Bilanz. Roll to the top. Korrigiert mich, ich glaube auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Da muss man clever Würfelwerte eintragen. Darf die Würfelwerte zusammen addieren. Nach oben müssen die Werte größer werden. Und man trägt von unten nach oben an. Deswegen würfelt man sich an die Spitze. Wer zuerst seinen Blockblatt voll hat, der gewinnt. Und man muss nicht alle Würfel eintragen, weil man immer alle Würfel nimmt. Also entsprechend die Würfelwerte, die geworfen werden, für alle gelten. Man muss aber nicht alles eintragen. Und dann kann es auch mal clever sein, statt drei Würfel nur einen Würfel einzutragen. Und vielleicht dann im späteren Verlauf des Spiels dann wieder clever aufzuholen. Funktioniert immer ganz gut. Das hier in der laminierten Version zum Glück. Da gibt es dann auch verschiedene Spielpläne. Wie den Baum, die Space Needle, den Eiffelturm oder hier der, was ist das? Das Matterhorn. Ja, also wir haben hier verschiedene Spielpläne, die entsprechend Möglichkeiten und Optionen uns bieten. Das kam als Rätselexemplar Kniffel 7 kurz vorm Urlaub irgendwann. Und ich dachte so, naja, kann man ja mal mitnehmen. Es sind bloß sieben Würfel und ein Blockblatt für jeden. Und ich habe vorm Urlaub nochmal ganz viele Blockblätter einlaminiert, um einfach die einlaminierten Blockblätter mitzunehmen. Um mit abwaschbaren, also mit Stiften, mit abwaschbaren oder abwischbaren, dann einfach die Sachen mehrfach zu spielen. Und nicht alles mülltechnisch entsorgen zu müssen. Kniffel 7 ist Kniffel nur mit 7, statt mit 6 Würfeln. Aber jeder Würfel hat eine Zahl, die fehlt. Das heißt, auf dem Einwürfel fehlt die 1, auf dem nächsten, die 2, auf dem nächsten, die 3, auf dem nächsten, die 4, auf dem nächsten, die 5, auf dem nächsten, die 6, auf dem letzten die 7. Denn es sind die Ziffern 1 bis 7 darauf verteilt. Und das ist irgendwie witzig, bringt Kniffel auf ein neues Level. Und ich habe es auch mit Dennis gespielt, da wird ein Quickshot dazu folgen. Deswegen werde ich hier an dieser Stelle gar nicht so lange drüber reden. Außer wenn man Kniffel mag und nach einer, wie soll ich sagen, einer aufgefrischten Kniffelvariante sucht, ist man hier gut aufgehoben. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Ich glaube, jetzt habe ich fast alle Spiele durch, die ich zumindest im Urlaub gespielt habe. Diese hier wurden alle danach davor gespielt. Deswegen nehme ich die mal kurz hier auf die Seite. Ich habe nämlich hier eine Box von Gamejanic. Das ist der, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie diese Box heißt. Da habe ich ganz, ganz viele Spiele drin gehabt. Oder auch immer noch drin. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier alles drin hatte im Urlaub oder wie man hier clever vielleicht Spiele reinpacken kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde, oder ich habe das auch in der Vergangenheit schon gemacht, wie wir Spiele mit in den Urlaub nehmen. Ich würde da ein extra Video dazu machen, nach dem Motto, how to spiele im Urlaub. Wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen. Und wenn man so eine Box hat, dann kann man hier direkt noch die Würfelschale sich sparen. Weil wir haben tatsächlich nur das hier mitgenommen und die Schachtel von Würfelland. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann kommt da nochmal ein extra How-to-Urlaub oder How-to-Brettspiele im Urlaub-Video. So, ich glaube, das waren fast alle. Eins kommt später noch, nämlich bei den Highlights, was im Urlaub gespielt wurde. Ja, viel zu viel mitgenommen natürlich und dann doch nicht ganz so viel gespielt, beziehungsweise viele Spiele mehrfach gespielt. Natürlich, Sie soll den Paper Quicks, wurde mehrfach gespielt. Palm Island, ich glaube, Schiffel Sieben haben auch zwei oder drei Partien gespielt. Also alles kam so ein bisschen häufiger auf den Tisch. Das ist ja auch das Schöne dran. Jetzt habe ich drei Spiele, die habe ich nicht hier. Das erste, das ist L'Ur, das habe ich mit Dennis Online gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat irgendwie einen sehr charmanten Zock-Aspekt. Ich hätte es nicht gedacht. Also wir bieten mit Würfeln und zwar sind das W4, W6, W10 und W12, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder W12 und 20, 12 und 20 glaube ich sogar. Und wir bieten, dann sagen wir, welche Würfel wir einsetzen. Und wer die wenigsten Würfel einsetzt, der darf als erstes würfeln. Und es geht darum, Karten aus einer zentralen Kartenauslage sich anzueignen mit entsprechenden Würfelergebnissen. Das kann sein, dass keine Zahl ungerade ist oder dass die Summe mindestens sieben oder mindestens zwölf ist und so weiter. Das heißt, man kann da pokern, man kann da zocken. Wenn man nichts bekommt in einer Runde, bekommt man einen, so einen Marker. Und dieser Marker bringt einem vielleicht wieder einen Vorteil für eine der folgenden Runden. Es wird so lange gespielt, bis die Karten, glaube ich, alle vergeben sind. Und das ist ein Spiel von Allplay und lässt sich auf Board Game Arena spielen. Und bei Allplay kommt das Ganze jetzt irgendwann. Dieses Jahr wird es, glaube ich, ausgeliefert. Dennis hat es mitbestellt. Witzig und unterhaltsam. Das macht mehr Spaß, als ich gedacht hätte, weil eben dieser Zock-Aspekt einfach clever ist. Das ist pfiffig. Das macht Laune. Man kann natürlich total daneben liegen und nichts hinbekommen. Dann bekommt man irgendwie zwei Runden oder drei Runden Blättchen. Der andere vielleicht nur jeweils einen Fisch, der ein oder zwei Punkte bringt. Und dann sahnt man in einer Runde oder zwei Runden volle Kanne ab und bekommt die komplette Auslage. Mega. Ja, also coole Momente im Spiel. Das macht durchaus Spaß. Dann hat Dennis mitgebracht Chicken. Das ist ein kleines Zombie-Würfel-Maßwürfel-ähnliches Würfel-Zock-Spiel. Auch das hat sehr viel Spaß gemacht. Da gibt es vier verschiedene Würfel. Es gibt die vier Basis-Würfel, die vier besseren Würfel und die vier noch besseren Würfel. Und wenn man Eier würfelt, bekommt man welche von der nächst höheren Würfelsorte dazu. Das heißt, man bekommt mehr Würfel. Man gibt aber die komplette Anzahl an Würfel an den nächsten weiter. Wenn der drei Füchse würfelt, dann ist der Wurf hinüber. Alle Sonderwürfel werden wieder zurückgelegt. Und es geht beim nächsten Spieler wieder mit den Standardwürfeln weiter. So möchte man, glaube ich, 24, 25 Punkte machen. Und wer diese Punkte als erstes gemacht hat, gewinnt das Spiel. Unterhaltsam, witzig, besser als gedacht und hat Laune gemacht. Muss ich einfach sagen an dieser Stelle. Dann Windjammern haben wir in der Mittagspause gespielt. Das ist ja die Neuauflage von Sea of Strife, beziehungsweise im deutschen Texas Showdown, was jetzt wieder bei Strohmann-Games als Windjammern rausgekommen ist. Ursprünglich hat es ja wohl auch dieses Segelspiel-Thema und eben nicht das Texas-Thema. Witzig, cooles Stichspiel, bei dem man versucht, einfach clever zu spielen, weil sich die Stichfarbe ändern könnte. Also kurz erklärt, wir spielen das Ganze vielleicht zu viert. Ich spiele Violett an, der Nächste hat kein Violett, spielt Grau. Dann hat der dritte Spieler in der Runde die Chance, entweder Grau oder Violett zu bedienen. Wenn er wieder alles, beides nicht, beides nicht hat, dann kann er mit nächste Farbe reinspielen. Jetzt kann der letzte Spieler auch jede dieser drei Farben bedienen. Das heißt, bei Windjammern möchte man immer als letztes dran sein, als vorletztes, um nochmal vielleicht Einfluss zu haben, weil es gewinnt den Stich, wer von der Farbe, die am häufigsten da ist, die höchste Zahl gelegt hat. Das ist genau der Clou im Spiel, was das Spiel außergewöhnlich macht und wo man dann damit taktieren kann. Zumal es die Zahlen, desto kleiner sie insgesamt sind, desto mehr Zahlen einer Farbe gibt es. Und desto höher der Zahlenbereich wird, desto weniger Zahlen einer Farbe gibt es. Und dann gibt es noch den lustigen Clou, dass der Autor eigentlich was anders haben wollte ursprünglich und ein Fehler passiert ist bei der Übersetzung von Amigo oder die irgendwie etwas kleines Falsch eingebaut haben, weil eigentlich haben diese Fähnchen, also immer die höchste Zahl eines Farbbereiches, ist eigentlich so dafür ausgelegt, dass diese Farbe dann nicht zählt. Und das bringt nochmal zusätzliche Komponente mit ins Spiel. Ich glaube, das muss man mitspielen. Wir haben es nicht gespielt, wir haben es in der Amigo-Variante gespielt. Ich glaube, das muss ich mal noch ändern. Soviel dazu. Windjammer war cool. So, wir machen weiter mit dem nächsten Stichspiel. Jetzt hatte ich ja quasi gerade eben mit Windjammer ein Stichspiel und A Wimba-Vay ist auch ein Stichspiel, nämlich für zwei, für drei oder für vier, wobei bei vier Personen spielt man in zwei Teams. Werde König der Wildnis und es ist ein packendes Stichspiel. Was dieses Stichspiel wirklich auszeichnet, ist die Tatsache, dass ähnlich wie bei anderen Spielen, wie zum Beispiel im Zweispieler-Modus von die Crew, Karten ausliegen. Und hier ist das Coole, wir wissen nicht, was unten drunter ist, sehen nur die Karte oben drüber. Und das ist quasi so ein Kniff im Spiel, dass wir beim Gegner manche Karten eben nicht sehen, beziehungsweise die oben drauf eben sehen, vier Stück im Zweispielerspiel, und wir eben wissen, was der Gegner hat, was er bedienen muss, um so vielleicht eine Karte rauszuziehen. Jede Karte hat noch einen Effekt. Und es gibt die Hyänen. Wenn jemand alle Hyänen hat, alle vier, verliert der sofort die Runden. Es geht im Prinzip darum, zwei Runden zu gewinnen. Das heißt, ihr spielt zwei oder drei Durchgänge im Spiel. Zu zweit oder zu dritt, können es natürlich mehr werden. Aber im Spiel zu zweit spielt ihr zwei oder drei Durchgänge, im Spiel zu dritt drei oder vier Durchgänge. Das ist flott gespielt, es ist pfiffig, es ist kurzweilig. Ob man es jetzt unbedingt braucht, sei mal dahingestellt. Aber es ist ein unterhaltsames, kleines Stichspiel, was wieder ein bisschen was anders macht. Und wo man eben nicht nur irgendwie banal Punkte aufschreibt, wie bei vielen anderen Stichspielen. Und ich bin sehr gespannt, das mal mit drei oder vier Personen zu spielen. Ebenfalls mit Dennis gespielt, Kabal. Kabal ist ein Stichspiel-Area-Control-Spiel von Korax Games. Und das ist ziemlich pfiffig. Das hat mir echt überraschend viel Spaß gemacht, weil man so Rituale auslösen muss. Dafür stellt man Figürchen auf eine Auslage, auf ein Grid, was entsprechend des Rituals vorgegeben ist. Und zwar abhängig davon, welche Farbe habe ich in meinem gewonnenen Stich drin. Wenn da mehrere Farben drin sind, darf ich zwei Männchen setzen. Und so versuche ich möglichst, die zu setzen und Rituale auszulösen. Und wer dann entsprechend seine Rituale ausgelöst hat, die entsprechend nötige Anzahl, nämlich drei, der gewährt dem Dämonen Einlass und gewinnt das Spiel. Ich habe hier ein Bildchen eingeblendet. Es ist pfiffig, es ist echt unterhaltsam und gut von der Verzahnung dieses Area-Control-Aspekt mit Stichspiel. Also das ist cool gemacht, das macht Laune. Und ich habe es bislang nur zwei Partien zu zweit gespielt. Ich bin da noch gespannt auf mehr Spieler und werde das auf jeden Fall zum nächsten Spielerabend mitnehmen. Ist eine kleine Überraschung, weil es relativ simpel ist, relativ unscheinbar, aber trotzdem viel Spaß gemacht hat beim Spielen. Ein so ein bisschen Klassiker, der auch wieder auf den Tisch kam, ist Far Away. Far Away war auch mit im Urlaub dabei, nur gespielt haben wir es nicht. Far Away ist ein sehr, für mich herausragendes Spiel, was jetzt, glaube ich, auch im August in den Fachhandel kommt und verfügbar ist in der deutschen Version. Wer es nicht kennt, also anschauen, lohnt sich da definitiv. Ich finde, ein ganz herausragendes Spiel des letzten Jahrgangs und es macht so viel gut und richtig. Ich habe das jetzt in verschiedenen Spiele, Konstellationen, Spiele, Runden gespielt mit Nichtspielern, Gelegenheitsspielern, Vielspielern und es kam meistens gut bis sehr gut an und ich hoffe, dass ich Mareike da auch noch begeistern kann, dass es ihr mehr gefällt, als es bislang tut. Far Away, Video haben wir auch schon. So, Kartograf. Der Kartograf ist ein inzwischen etwas in die Jahre gekommenes Spiel. Ich glaube, zum Ketterspiel des Jahres 19 nominiert gewesen. Wir haben hier einen sehr coolen Aspekt aus Flip and Ride und Tetris-Teilen. Das ist irgendwie ganz pfiffig und ganz cool. Dann haben wir so ein bisschen Jahreszeitenwertungsmechanismus, was an Isle of Sky erinnert, dass wir eben im Frühling A und B, wie soll ich sagen, Kriterien prüfen und Punkte bekommen. Im Sommer B und C, im Herbst C und D und im Winter D und A. Und so werden wir vier Runden die Kartenstapel durchspielen beziehungsweise so viele Karten aufdecken, bis das Ende getriggert wird. Und dann schauen wir, wer die meisten Punkte gemacht hat. Ich mag Kartograf sehr gern. Ich mag dieses fiese Element mit den Monstern nicht, wenn die kommen. Das gefällt mir persönlich nicht so ganz, weil ich da immer so ein bisschen das Problem mit habe. Wenn alle es fies einzeichnen und einer zeichnet es nicht fies ein, dann gewinnt oft derjenige, bei dem es nicht fies eingezeichnet wurde. Und das ist ein Punkt, der mir nicht ganz so gefällt. Allerdings Kartograf als Gesamtkonstrukt. Ein sehr cooles, immer noch gutes Flip and Ride. Ich glaube, ich habe fast alles erweiterungstechnisch, was es gibt. Ich habe auch die Kartografin. Die hatte ich tatsächlich im Urlaub dabei. Die haben wir nicht gespielt. Die Zusatzblöcke. Und ich glaube, ich muss einfach mal irgendwie fünf Blatt jeweils oder sechs Blatt jeweils kopieren. Nicht kopieren, folieren. Reinwerfen, Kartograf, Kartografin, Erweiterung. Alles zusammen in eine Box, dass es ein bisschen kompakter ist und nicht so viel Platz im Regal wegnimmt, obwohl man nachher eh bloß drei Blatt spielt. So, letztes kleines Spiel. Ich habe gesagt Box. Und wir bleiben bei der Box, nämlich Cat in the Box. Aber ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Bubble Wasser. Cat in the Box. Schon wieder ein Stichspiel. Wer kennt sie nicht? Schrödingers Katze. Die Katze im Pappkarton ist, solange der Pappkarton nicht geöffnet wird und die Katze keinen Muckshorn sich gibt. Lebendig und tot zugleich, denn der Zustand ist nicht definiert, solange bis man die Schachtel aufmacht. Das besagt Schrödingers Katze. Aber was hat das jetzt mit einem Stichspiel zu tun? Das ist ein Paradoxon und genau so ein Paradoxon kann man im Spiel auslösen. Wir haben nämlich farblose Karten. Farblose Karten mit Zahlenwerten darauf und jede Zahl gibt es fünfmal. Wir haben aber nur vier Farben im Spiel. Das bedeutet, es gibt jede Zahlenkarte einmal mehr. Sind wir zu viert, bis fünf Personen geht es. Sind wir zu viert, spielen wir mit den Zahlenwerten bis acht. Und jeder nimmt von den Karten, die ausgeteilt werden, eine Karte nimmt sie aus dem Spiel. Das heißt, ich weiß eine Karte, die raus ist und kann also sicher sagen, diese Zahl, die ich rausgelegt habe, da werden alle vier gelegt werden können, beziehungsweise gespielt werden können. Aber jeder Spieler hat auch noch eine Karte, vielleicht auch mehr, die nicht gespielt werden können, weil es ja fünf gibt. Jeder, wenn nur eine rausnimmt, wird mit den Werten bis acht spielen. Das heißt, vier Karten sind im Umlauf, die nicht gespielt werden können. Denn die letzte Karte, die wir auf der Hand behalten, spielen wir nicht. Das heißt, wenn wir super gut planen und super gut spielen und super Glück haben, dann hat jeder am Tisch alle seine Handkarten gespielt. Weil die letzte Karte bleibt auf der Hand und wird abgelegt. Die spielen wir nicht. So, wunderbar, passt. Sollte aber die Situation kommen, dass ihr dran seid und keine Karte mehr spielen könnt, dann habt ihr ein Paradoxon ausgelöst. Jetzt ist es wichtig, die Stichanzahl vorher zu sagen. Wie viele Stiche macht ihr? Möglichst aber auch noch zusammenhängende Flächen auf diesem ausliegenden Board mit den Farben und Zahlen zu bilden, weil man da sieht, was schon ausgespielt wurde. Das bringt entsprechend Punkte. Wenn ihr eine Farbe nicht mehr spielen wollt, dann macht ihr euren Marker weg, um anzuzeigen, ich habe diese Farbe nicht mehr. Das heißt, ihr dürft diese Farbe nicht mehr verwenden. Und so versucht ihr, trickreich zu spielen. Ich mag das System total gerne. Ich habe jetzt diesen Monat zwei Partien gespielt und aktuell kann man es auch auf Board Game Arena spielen. Da habe ich den Dennis herausgefordert. Ich habe das auch gespielt letztes Jahr, als wir von der Spiele gekommen sind. Da habe ich es mit Mareikes Onkel gespielt, in der zwei Spielerpartie und dann tatsächlich die ganze Zeit nicht mehr. Ich mag dieses Prinzip, dieses, dass die Karten alle gleich sind und dann beim Ausspielen quasi wir bestimmen, welche Farben sie hat. sie hat. Das ist so, so super clever, so pfiffig. Es macht so viel Laune. Das ist ganz, 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 ganz toll von der Art. Das Einzige, was sich jetzt bei mir so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist, dass es, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte drei Stiche machen, jetzt wird die erste Farbe angespielt, die erste Farbe gehe ich mit. Dann spielt vielleicht jemand nochmal die Farbe an, dann schmeiße ich in den ersten Joker rein. Zum Beispiel, mein Rot ist Joker, oder Trumpf, dann schmeiße ich Rote 8 rein, im Vierspielerspiel. Dann bekomme ich diesen Stich garantiert. Danach spiele ich die Rote 7 an, dann bekomme ich diesen Stich garantiert. Danach spiele ich die Zahl an, die noch bei Rot verbleibt und bekomme den Stich garantiert. Damit habe ich drei Stiche gemacht, habe quasi das Maximum an Stiche, was ich im Vierspielerspiel machen kann und spiele danach irgendwas an und versuche nur noch rein zu ramschen. Wenn das gelingt, ich kein Paradoxon auslöse, ist das die Strategie, die meistens zu den besten Punkten führt. Meistens. Wenn man kein Paradoxon auslöst. Ich spreche, ein bisschen Glück hat. Mehr das gefällt, weiß ich noch nicht. Werden mehr Partien werden das Ganze bestätigen oder widerlegen. Cat in the Box, ganz tolles, kleines Stichspiel. All Time Classic, auch wieder gespielt und wieder frage ich mich, wenn ich das Spiel aus dem Regal hole, brauche ich es überhaupt noch im Regal, wenn ich es doch eigentlich bloß auf BGA spiele. Und ich werde jetzt demnächst auch wieder ausmisten. Also ich habe da so ein paar Stapel rumstehen mit eingedrudelten Rezi-Exemplaren aus dem letzten halben Jahr, die noch keinen Platz im Regal haben und einige Spiele, wo ich noch unschlüssig bin, ob die überhaupt ins Regal sollen oder ob die wieder gehen. Das heißt, ich werde da mal in Kürze großes Ausmisten betreiben und ich befürchte, Touring Machine wird dem zum Opfer fallen. Dann gespielt, noch was kurz und schmerzlos, ganz viel gespielt in der App, nämlich auf dem Flug, in den Urlaub und auf dem Flug zurück. Vor allem auf dem Flug zurück, weil Mareike und ich getrennt saßen. Wir wollten eigentlich im Flugzeug irgendwie kleine Spiele spielen. ein extra 4, 5 ins Handgepäck und dann hat man uns irgendwie zwei Reihen hintereinander und über den Gang gesetzt. Spielen, impossible. Ich habe dann das Tablet rausgenommen und habe irgendwie den Halbflug Ascension gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Partien in drei oder vier Editionen. Aktuell läuft da auch ein Crowdfunding-Projekt, wo der Dennis, glaube ich, einsteigt mit einer coolen Erweiterung und man kann auch die ganzen Einzelerweiterungen paketweise dazu buchen und wenn ich das richtig gesehen habe, fehlen dann halt jedes Mal die Basiskarten, die man eh nicht braucht. Ich habe hier drin ja ein Insert und nur einen Spielplan drin, die ganzen Spielregeln und das ganze Material und wenn man hier genau hinschaut, dann sieht man, da würde noch ohne Probleme eine Basisversion mit reinpassen, wenn man das drauf anlegen würde. Ascension für mich eines der coolsten, abwechslungsreichsten Deckbauspiele und ich mag es einfach super, super, super gern. So, das weitere gespielt mit Dennis, Art Society. Art Society, da legen wir Bilderrahmen aus, einen mehr als Personen, die mitspielen und dann werden wir reihum einen Bilderrahmen nehmen. Wir wollen gleiche Bilderrahmen haben, um möglichst zusammenhängend, um möglichst Stimmt das jetzt überhaupt, was ich sage, um möglichst Punkte zu machen? Ja, genau, um die Bonusteile zu bekommen, um mehr Fläche zu machen, möchten aber nicht die gleichen Farben haben oder Bildarten nebeneinander, weil dann keine Punkte wir dafür bekommen. und das Problem bei der Geschichte ist, das Spiel lebt davon, dass wir die Farben oder die Arten der Bilder wertvoller gestalten, wenn da was nicht genommen wird. Und zwar, desto größer das Bild ist, desto wertvoller werden plötzlich die ganzen Bilder, die man eingepuzzelt hat, an seine Wand. Das Ganze ist kombiniert mit einem coolen Beat-Aspekt, dass wir quasi einen Schwung Karten haben, ich glaube, bis 20 oder bis 30, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, und wir quasi immer eine hinlegen, aufdecken und wer die niedrigste Zahl hat, geht, kommt als, ne, die höchste, kommt als erstes und dann abwärts und wir so versuchen, möglichst dann an der richtigen Stelle dran zu sein, um das zu bekommen, was wir brauchen. Jetzt ist die Möglichkeit, schnell vollpuzzeln versus langsam vollpuzzeln und mehr kleine nehmen. Desto mehr man hat, desto besser ist es. Irgendwie fand ich das Spiel etwas belanglos und es konnte nicht so wirklich punkten, wie ich es mir erhofft hätte. Nichts, was ich wieder mitspielen muss. Das hier ist auch ein Spiel, was definitiv wieder gehen wird, Tucana Builders. Ich habe es schon angesprochen, da möchte ich den Vergleich zu Trails of Tucana machen, werde mit Dennis mal Trails of Tucana spielen, was inzwischen wieder hier ist und werde dann da ein Vergleichsvideo machen nach dem Motto, ist der große Bruder besser als das kleine Original oder greift man besser zum kleinen Original. Da wollen wir einfach ein bisschen einen Vergleich machen. Das hier, so viel kann ich sagen, konnte nur semi-überzeugen und war eher irgendwo ein bisschen platt nach zwei, drei Partien, dass ich gesagt habe, muss nicht. Wir hatten Besuch, Familienbesuch mit dem fast fünfjährigen Sohn dabei und dann muss man so natürlich das ein oder andere auch mal spielen und er wollte natürlich Sachen aus dem Regal haben, die absolut keinen Sinn machen, dass wir es mit ihm spielen. Ich habe dann Dr. Eureka und wir haben quasi das Ganze gespielt ohne Zeitdruck, also es ging nur darum, dass jeder das quasi schafft, die Murmeln in die richtigen Reagenzlaser zu bekommen. Es war ganz unterhaltsam, das haben wir irgendwie über vier, fünf der Aufgabenkarten gespielt, also es war mehr oder weniger ein Kennenlernen, weil vom zeitlichen Aspekt, weil es ist der Zeitdruck eigentlich, wer am schnellsten ist, das ist für Kids unter acht oder unter sieben schwer. Da braucht man eine verdammt gute Koordination und muss es noch schnell erfassen. Deswegen da definitiv nicht so niedrig die Einstiegshürde. Ja, und die Bedingung war, wir spielen nicht wieder wie das letzte Mal Kackalakack, Kackalakula, Icecool und ich glaube, das waren die Spiele vom letzten Mal. So, ich habe dann natürlich noch Man at Work geholt, weil ich gedacht habe, ah ja, Geschicklichkeitsspiel und Kids, das funktioniert auch. Ich glaube, hier steht auch ab acht Jahren drauf. Auch hier hat sich wieder gezeigt, die acht ist glaube ich gar nicht so verkehrt, vielleicht auch eine sieben. Manchmal hat es super gut funktioniert, also alle einfacheren Aufgaben konnte auch der fast fünfjährige hervorragend lösen. Wenn es dann was schwierigeres wurde, dann war es dann meistens doch herausfordernd. Wir haben es dann teilweise auch leichter gemacht. Das, was dankbarer ist von den Zweien, hat er dann machen sollen. Wir haben nicht mit den Zertifikaten gespielt, sondern quasi so lange gespielt, bis die komplette Baustelle in sich zusammengebrochen ist. Also ein gefallener Backstein oder ein gefallenes Männchen hat noch nicht das Zertifikat gekostet, sondern wir haben so lange gespielt, bis ein größerer Zusammenbruch ist und haben dann quasi gesagt, okay, derjenige hat verloren. Das war so ein bisschen der einstiegsfreundlichere Kindervariante von Man at Work, die wir hier ausprobiert haben. Funktioniert auch, also überraschend gut sogar. Und dann dachte ich, in so einer Runde, der, muss man doch einfach mal noch ein Dorfromantik rausbringen. Da kann der gleich noch ein bisschen mitpuzzeln, ein bisschen mitschauen, ein bisschen mitzählen. Wir haben das Ganze dann so ein bisschen, er hat gezählt, wie viel haben wir jetzt, haben wir das erfüllt? Das hat gut funktioniert. Es gab dann natürlich zwei, drei Momente, wo er dann, wenn er dran war, das Blättchen dahin legen wollte, wo es halt optisch gut gepasst hat oder sich gut angefühlt hat. Nach dem Motto, das ist aber eine Schiene, die darf jetzt nicht dahin, die muss eine Schiene dran. Ja, das macht keinen Sinn. Das möchte ich aber dahin, zack, dahin. Und das hat natürlich ein paar Punkte gekostet. Also wenn man Dorfromantik zu sehr auf Ästhetik und nicht auf Effizienz spielt, dann ist das nicht unbedingt immer so. Das Gelbe vom Ei hat aber funktioniert. Wir haben quasi das Basis-Szenario gespielt am Anfang. Ich habe auch die Fähnchenwertung mal einfach unter den Tisch fallen lassen, einfach so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen zu zeigen, was Dorfromantik ist, was es kann und kam unterm Strich gut an. Ja, so. Also hier Kids Approved. Gebe man ihm noch ein Jahr und dann spielt er das definitiv entspannt mit. Wieder diesen Monat gespielt. Ich werde da jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich denke, da wird sich vielleicht Mareike auch nochmal äußern, wenn wir ein Speed-Dating zusammen aufnehmen. Die Burgen von Burgund, ein ganz, ganz grandioses, tolles Spiel von Stefan Feld. Oldie but Goldie, aber sowas von und ein absoluter All-Time-Classic. Top. So. Für unser Spiel und Kennerspiel des Jahreskommentar haben wir ja einiges an Kritik bekommen. Auch sehr viel Zustimmung. Danke für die vielen Kommentare an dieser Stelle. Und einer hat drunter geschrieben von wegen Tu uns allen und dir einen Gefallen und Spiel Emission nicht mehr. Das Blöde ist, was er nicht wusste, zu diesem Zeitpunkt, dass wir das Video gedreht haben, hatte ich Emission ein zweites und ein drittes Mal schon gespielt. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt auch gar nicht auf dem Material großartig rumreiten. Nur so viel möchte ich noch sagen. Ich habe vier Playerboards. Ja. Von diesen vier Playerboards, von diesen vier Nationen passt eines gut zusammen. Eines es geht so. Eines passt nicht gut, aber bleibt beim Spielen zusammen. Und eines, das ist richtig schlecht. So viel zum Thema, was die Playerboards betrifft. Emission spielerisch. Ich habe es solo gespielt. Ich fand es herausfordernd, aber ich hatte so ultra viel Glück mit den Krisen, dass die Krisen immer so kamen, dass ich quasi durch die Markerchen, die ich gesammelt habe, die Krisen abschwächen konnte. Und gerade am Anfang, als ich irgendwie nur ein plus 0,1 Dingens hatte und also Temperaturerhöhung und dann die Krisen entsprechend kamen, halt quasi die Krisen mir wegen der Marker, die ich hatte, halt nichts ausgemacht haben. Drei Krisen, zack, nichts passiert. Die nächste Runde, drei Krisen, zack, nichts passiert. Und das hat mir am Anfang schon einen extrem guten Hub gegeben. Ja, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man schon sich gegenseitig unterstützt. Und ja, es ist auch darauf ausgelegt, dass die einzelnen Bereiche der Welt zusammenspielen, also Europa, USA, China und der globale Süden. Das ist Match. Jetzt ist es ja aber auch so, wir spielen, wenn wir zu zweit spielen oder zu dritt spielen, natürlich auch nicht alle. Und da muss man natürlich dann wieder aufpassen, wie man das Ganze spielt. Abhängig davon, welche Nationen ihr wählt, wird das Spiel schwerer oder leichter und abhängig davon, wie viele Personen ihr seid, wird es schwerer oder leichter. für mich fühlte es sich so an, als wäre es, wie gesagt, subjektiv aus meinen Partien, zu zweit und solo leichter als zu viert. Vielleicht hängt das auch davon ab, ob man jetzt eine Viererrunde hat, wo alle das Spiel schon mal gespielt haben, dass es dann vielleicht zu viert auch genauso schwer wird. Wie gesagt, aus diesen drei Partien fühlte es sich minimal so an, desto mehr Spieler, desto schwieriger oder entsprechend abhängig von den Nationen. Ich mag diesen Aspekt dieses Tableau Buildings, dass ich eben da eine Karte drauf spielen kann, dann ausführen, vielleicht noch eine nächste drauf spielen, ausführen oder ich es verstärke, indem was oben drauf liegt, indem ich was unten drunter schiebe und dann die Karte oben drauf ausführen. Dass ich dann die Möglichkeit habe, an globalen Projekten oder an Krisenbewältigung mich zu beteiligen, das sind nette, coole Aspekte. Und wenn man dann den Wendepunkt erreicht, so auf den letztmöglichen Drücker in der sechsten Runde, dann das Spiel übersteht, dann fühlt sich das schon gut an. Das fühlt sich richtig gut an. Ich glaube, in unserer Vierspielerpartie war es glaube ich auch so, dass wir ein oder zwei Emissionen zu viel hatten, um den Wendepunkt zu erreichen. Das war wirklich ganz knapp und undankbar. Im Spiel jetzt mit Dennis war es in Runde 5, dass wir den Wendepunkt erreicht haben und in meiner Solopartie war es auch in Runde 5. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich glaube, das hat auch schon jemand kommentiert gehabt, man hat einen gewissen Glücksfaktor im Kartenziehen. Klar kann man mit entsprechenden Karteneffekten, die man auch teilweise schon von Beginn an hat, Karten an die anderen weitergeben. Sind wir ehrlich, wenn die Karten, die ich auf der Hand habe, super sind, dass ich was machen kann damit, dann spiele ich die alle runter, dann gebe ich keine Karten weiter. Es wird aber auch der Zeitpunkt im Spiel kommen, und das ist bislang in allen drei Partien so gewesen, dass ich gerne andere Karten hätte oder die Karten weitergeben würde. Wenn das dann aber erst in der Mitte des Spiels passiert, dann ist es ein bisschen blöd, dann braucht man vielleicht irgendwann mal eine Karte, die man wieder drüber spielen kann, die einem erlaubt, Karten weiterzugeben. Da ist man natürlich dem Kartenglück so ein bisschen ausgeliefert. Ich möchte jetzt auch an dieser Stelle gar nicht sagen, ob das jetzt ein geeignetes Kennerspiel des Jahres ist oder nicht. Mechanisch cool, ich hoffe, dass Schmidtspiele beim Material nachbessert, weil das Spiel hätte da mehr Potenzial. Aber, das möchte ich auch noch dazu sagen, und vielleicht wird es auch den einen oder anderen bestätigen, man muss ein paar Partien spielen. Es ist aber schade für mich, dass ein Spiel, was man erst zweimal oder dreimal spielen muss, bevor es richtig zündet, ein Preisträger wird, wo ich sage, das ist schade, weil wenn das Spiel nicht beim ersten Mal zündet, werden viele vielleicht frustriert sein und traurig von der Kaufentscheidung oder da negativ gegenüberstehen. Deswegen weiß ich nicht, ob das ideal war. Was ich aber damit sagen möchte im Aufgetischt hier, dass es Emission hat es geschafft, sich diesen Monat nicht zu rehabilitieren, aber sich zumindest in so ein Licht zu rücken, dass ich sagen kann, es ist nicht in allen Belangen durchgefallen. Es ist ein gutes Spiel, aber, so beim Spielen, wenn dann das Playerboard zerrutscht und der Spieler nebendran sich gerade ärgert drüber, das schmälert ein bisschen den Spielspaß und dann greife ich tatsächlich lieber zu anderen kooperativen Spielen an dieser Stelle. So, drei Spiele, total gut diesen Monat, Mischwald zum ersten und Mischwald ist einfach nur ein tolles, kleines, wunderschönes Spiel. Wir hatten es im Urlaub dabei, wir haben es zweimal gespielt. Ich glaube, da muss ich nicht mehr großartig was dazu sagen. Schaut mein Review an, da sage ich alles, da gehe ich ausführlich auf alles ein. Ich mag Mischwald sehr, sehr gerne. Für mich eines der grandiosesten Spiele und für mich war das auch der klare Gewinner für das Kennerspiel. Klar ist vielleicht die Punktewertung nicht gerade übersichtlich und man muss sich da vielleicht auch manchmal reingrufen, aber so schwer, dass das ein, wie soll ich sagen, Ausschlusskriterium ist, ist es für mich und bislang für alle Mitspielenden nicht gewesen. Ja, wir machen klein weiter. Balz heißt, das Ganze wird auf Deutsch bei DLP beziehungsweise bei, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, bei Games Up erscheinen und ich habe das englische Exemplar hier, um ein Regelvideo zu machen, das heißt, da wird in den nächsten Wochen ein Regelvideo kommen bei Balz oder englisch Bar, handelt es sich um ein Zwei-Personen-Spiel, das ich mit Dennis schon gespielt habe, ich hoffentlich in Kürze mit Mareike auch testen kann oder spielen kann. Es ist ein Plättchen Lege Assoziationsspiel, weil man versucht, so ein bisschen aus den Plättchen, die der andere legt, zu Rückschlüsse zu ziehen, was hat der hinter seinem Sichtschirm für Bedingungen, denn abhängig davon, wer die Bedingungen einer Spalte besser erfüllt, als der andere, der bekommt ein Ei. Ja, ich sehe aber nur Spalte 1, 3 und 5 und der andere sieht aber Spalte 2, 4 und 6, das heißt, ich weiß nur jede zweite Spalte, ich versuche dann auch noch Flächen mit entsprechendem Untergrund, da gibt es dreierlei, zusammen zu puzzeln, um die größere Fläche zu haben, weil die größere Fläche auch ein Ei bringt und wer am Schluss die meisten Punkte gesammelt hat, also Eier, der gewinnt bald. so, super flott gespielt, 25 Minuten steht drauf, ich behaupte, wir waren deutlich schneller, 20 Minuten oder so, maximal, das geht flott und ich glaube auch, gerade wenn ich das mit Mareike spiele, das geht noch flotter, ein schönes, kleines Zwei-Personen-Spiel, was Laune gemacht hat, bald. Also, habt das mal auf dem Schirm, wenn das dann auf Deutsch kommt, zur Spiel. So, dann habe ich noch ein großes, großes Highlight, denn, ich habe es ja auf Spielewochenende wieder gespielt und habe hinterher entdeckt, ich habe es auch ja in der Vergangenheit mit Dennis gespielt gehabt, Solo gespielt gehabt, nochmal in einer Konstellation zu dritt gespielt, Spielewochenende zu viert, also viel zu wenig eigentlich gespielt und dann habe ich nach dem Spielewochenende entdeckt, man kann Archenova auf Board Game Arena spielen und, weil einfach für das Spiel häufig zu wenig Zeit ist, das aufzubauen, das zu spielen oder die Mitspielerinnen und Mitspieler für ihn, wobei die habe ich jetzt seit dem Spielewochenende definitiv, habe ich das jetzt einfach ein paar Partien online gespielt und genau dafür ist Board Game Arena, weil ja immer wieder gefragt wird, warum spielt ihr eigentlich online, spielt doch einfach am Tisch, für sowas ist es gut, wenn ich einfach eine Partie starten kann, Zug passiert, zu zweit, zu dritt und ich dann einfach da nacheinander meine Zugtour, weil es ist in den meisten Fällen ja eigentlich wirklich so, man könnte jetzt durchrechnen, wie viele Züge tatsächlich jeder gemacht hat, das kann man dann halt in vier, fünf Tagen einfach nebenbei gut durchspielen, natürlich muss man sich manchmal dann nochmal neu seine Gedanken machen, was wollte ich eigentlich machen oder irgendwo meine Notiz das ausspielen, dann das ausspielen, dann das ausspielen oder so, das bringt dann durchaus schon mal was, aber dafür finde ich tatsächlich Board Game Arena ganz nett, dass man eben darauf zurückgreifen kann, um ja Partien, also mehr Partien vielleicht auch von dem Spiel zu spielen, gerade wenn es länger geht oder halt auch mal, wenn es irgendwie flott gehen soll oder halt aus Review-technischen Gründen, dass man einfach sich so ein bisschen vorbereiten kann und noch mehr Partien hat, weil das hat oft dann den Vorteil, dann kann man ein Review einfach früher bringen, dann spiele ich halt vielleicht fünf Partien real und fünf Partien virtuell und kann auf zehn Partien zurückgreifen, die hätte ich aber in der Zeit nie im Leben alle am Tisch zusammenbekommen und dafür ist es dann schon wirklich sehr angenehm darauf zurückzugreifen oder wie gesagt, wenn man einfach das physikalische Spiel nicht hat oder die Mitspielerinnen und Mitspieler nicht die Zeit haben, dass man sich zusammenfindet. Deswegen, Eichenhofer ein ganz, ganz, ganz grandioses Spiel, ich muss das glaube ich einfach mal aufbauen und mit Mareike zu zweit spielen und die Wasserwelten habe ich mit Jochnitsch und Ausbaldofern werden wir ausprobieren zusammen. Ja, das war es mit den Spielen und ich würde natürlich gerne wissen, was sagt ihr zu diesen gespielten Spielen alles? Was meint ihr denn dazu? Und ich muss jetzt hier mal ein bisschen kurz umbauen und wir kommen noch zur Frage des Monats. Die Frage des Monats lautet nämlich Thema Spielhilfen und Spielhilfen, da habe ich mal zum Beispiel bei Eichenhofer passt gerade ganz gut, Spielhilfen zusätzliche ausgedruckt, um die mit reinzupacken. Ich bin persönlich großer Fan von gut durchdachten, gut gemachten Spielhilfen und frage mich manchmal, warum liegen Verlage das nicht bei? Gerade so auf die letzte Seite der Anleitung irgendwie noch mal eine Übersicht zu machen oder so, auf die man zurückgreifen kann, die man dann quasi einfach offen auf den Tisch legt und sagt, hier ist noch mal die Übersicht, schau dir doch das mal an, da ist noch mal das zu sehen, da ist noch mal jenes zu sehen. Das wäre oft in der Tat gar nicht so verkehrt um, ja und trotzdem verzichtet man leider viel zu häufig da drauf. Ich finde es generell immer gut, wenn Spiele das in irgendeiner Art und Weise beilegen, sei es als zusätzliche Karten, die man nebendran legt, so zwei Karten oder eine, die man vorne, die vorne und hinten bedruckt, ist es auch vollkommen in Ordnung oder halt irgendwie einfach ein kleines Sheet, was man rumgeben kann oder draufschauen kann, so ein bisschen Cheat-Sheet mäßig, weil oft ist das auch, wenn man die Regeln eigentlich drauf hat und es erklären möchte, cool, dass man einfach hinten drauf schaut oder auf dieses Cheat-Sheet und einfach nochmal kurz alles durchgeht und sagen kann, ja, ich habe nichts vergessen, das waren die Regeln, los geht's und genau das macht einen riesen Unterschied. Jetzt freue ich mich natürlich von euch zu lesen. Was sagt ihr zu den ganzen Spielen, was ist eure Meinung? Und ja, lustigerweise muss ich jetzt gerade an das Thema Ersteindruck denken und Thema Emission, ja, also Emission und Mischwald haben beide zum Beispiel im Ersteindruck nicht so gut abgeschnitten, wobei bei Mischwald war das, weil ich volle Kanne in die Falle der Paarhofer-Strategie reingelaufen bin und jemand das ausgespielt hat bis zum Gegner mehr und ich quasi keinen einzigen Paarhofer bekommen habe, aber Thema Ersteindruck, wieder aufpassen, das betrifft uns natürlich auch, da sind wir nicht gefeit vor, gar keine Frage und da passiert das oftmal, dass man vielleicht einen Eindruck hat, der sich so nicht manifestieren kann, zum Glück oder wie auch immer man das dann ausdrücken möchte, aber manchmal hat man auch nicht die Zeit und nicht die Muse dazu, wenn einem das Spiel irgendwie nicht gefällt, dem nochmal eine Chance und nochmal eine Chance und nochmal eine Chance zu geben, auch das ist natürlich legitim, man muss seine Zeit so gut nutzen, wie es möglich ist, sollte er nur dazu sagen, Ersteindruck oder eben nicht. Ja, das war es von mir, ich freue mich von euch zu lesen, schreibt gerne in die Kommentare und irgendwie gibt es hier auch bestimmt weitere Videos und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video, macht's gut, spielt was Schönes und tschüss.